den luftstrom auf der trompete trainieren welche übungen du genau machen kannst um dein trompete spielen schöner zu gestalten einen schöneren ton zu bekommen ausgeglichener zu klingen mehr ausdauer zu besitzen und auch mehr tiefe und mehr höhe und das ganze natürlich auch mit einem besseren klang üben kannst zeige ich dir in diesem video hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video rund ums trompete spielen mein name ist nico von nico laikam trompetentraining der luftfluss auf der trompete ist natürlich die essentiellste übung überhaupt beim trompete spielen wieso wenn wir es schaffen unseren luftfluss angenehm ausgeglichen ins instrument zu pusten dann haben wir sofort einen ausgeglichenen angenehmen klang auf der trompete wie kann ich das ganze trainieren natürlich müssen wir uns immer über eins im klaren sein und zwar trompete spielen ist immer eine körperliche angelegenheit das heißt ich distanziere mich zuerst mal von mundstück beziehungsweise instrument und trainiere meinen körper natürlich sind mundstück und trompete auch ausschlaggebend für trompetenklang beziehungsweise für die ausdauer etc pp aber ich nehme diese beiden komponenten immer on top zum körperlichen training das heißt erst trainiere ich meine fähigkeiten und meine fertigkeiten übertrage die dann auf mein instrument und wenn mir zum beispiel der drohe der ton dann zu dünn zu kräftig zu scharf und so weiter vorkommt dann mache ich mir gedanken über instrument und natürlich auch übers mundstück also wir trainieren unsere körperlichen fertigkeiten wenn wir luft ins instrument pusten möchten ist es natürlich ganz wichtig dass der hals der kehlkopf die stimmbänder offen und frei sind das heißt es sollte kein stimmband verschluss sein gegen den wir dann pusten auch die lippen sollten möglichst locker und angenehm ausgeglichen schwingen können damit auf der trompete natürlich auch erstens gut klingt und zweitens wir auch genügend luft in unser mundstück beziehungsweise instrument bekommen eine wunderbare übung wie ich das ganze trainieren kann die mache ich auch immer bei meinen warm-up übungen täglich ist folgende ich lasse das mundstück auf der trompete drauf und ich nehme jetzt nicht das mundstück an die lippen als ob ich ein trompetenton spielen möchte sondern ich lege meine lippen oben und unten am mundstück fest ich dich natürlich ab damit luft die ich gleich pusten werde auch wirklich ins instrument geht der vorteil an dieser übung ist ich bekomme ein gefühl dafür wie viel luft das mundstück beziehungsweise die trompete in kombination natürlich aufnehmen kann und mehr luft benötigt in einer gewissen lage auch nicht um angenehm ausdauernd und schön trompete spielen zu können also wir machen die übung einmal lippen außerhalb des mundstückes abgelegt und dann eingeatmet und gepustet und gleich noch mal wenn ich mir dieses gefühl jetzt aufs instrument übertragen muss ich sofort ein ton spielen ich wieder das g1 dafür ein wunderbarer trompetenton auf dem g1 es war nicht anstrengend ich habe mich nur darauf konzentriert dass die luft konsequent nach außen fließt übrigens auch eine der wichtigsten eigenschaften ihren trompeter haben sollte beim üben aber auch natürlich beim trompete spielen die luft konsequent nach außen zu bringen das heißt wir haben einen permanenten luftstrom nach außen bei staccato etc bei anderen klangeffekten ist es etwas anders aber prinzipiell ist die basis für unser trompete spielen erstmal dass wir einen gleichmäßigen offenen weichen warmen luftstrom in unser instrument bringen die lippen sind locker und schwingen dementsprechend auf der tonhöhe g1 und ich achte auf den hals dass der offen ist fühle meinen oberkörper in meinen bauch hinein wie sich dort meine atemapparatur bzw das zwerchfell und auch der rest der eben noch beteiligt ist anfühlt wichtig ist mir immer dass es so angenehm wie möglich ist nicht kraftvoll bzw angestrengt nicht in dieser lage wenn wir natürlich höher spielen dann kommen noch andere faktoren dazu aber in dieser lage in der wir unseren luftstrom trainieren geht es immer darum dass wir möglichst ein freies spielgefühl entwickeln übung nummer zwei und wir machen auch wieder diese puste übung im vorfeld zweimal wir gehen dramatisch über eine oktave bis zum kleinen g ausgangston g1 nach unten und dann kann ich natürlich ohne probleme auch wenn ich noch luft habe nochmal so einen kleinen ausweichton bis zum kleinen fis nach unten spielen und eben wieder zurück zum g1 wenn du diese übungen machen würdest und jetzt mehr luft ins instrument pusten würde das heißt richtig mit druck luft ins instrument bringen würdest würdest du merken dass der hals enger wird dass der bauch sich ganz anders anfühlt und das natürlich mit der höheren luftmenge auch die lippen sich etwas stärker anstrengen müssen wenn du nach unten gehst sollte das nicht der fall sein wenn wir jetzt von g1 bis zum g2 nach oben gehen wirst du merken dass die kompression das heißt der luftdruck zunimmt und dementsprechend werden sich ab einem gewissen ton meistens so ab cc oder d2 dann die spannungspunkte im körper etwas verändern das heißt bei mir ist es so dass sich mehr im bauch bewegt das heißt das zwerchfell hat etwas mehr zu tun als vorher wichtig ist immer dass der hals offen bleibt und dass die ansatz muskulatur auch locker schwingen kann und nicht schon zu fest zu krampft das heißt auch hier möglichst locker bleiben wir atmen wieder zweimal durch die trompete aus und spielen danach genau diese chromatische bewegung aufwärts zum g2 los geht's ja wohl heute war der punkt gar nicht dabei dass ich gemerkt habe jetzt wird es heikel oder jetzt kommt das zwerchfell wesentlich stärker in den einsatz das heißt ich hätte noch etwas langsamer spielen können dann hätte es gemerkt wie eben dann das zwerchfell arbeitet damit eben noch mehr luft ins instrument geht beziehungsweise ich auch die letzten paar töne oben noch spielen kann ohne dass mir die luft ausgeht wenn du diese übung vom pusten in die trompete über das mundstück also ich erinnere noch mal forciert machst wirst du merken dass das instrument kaum mehr luft aufnehmen kann das heißt du benötigst eigentlich also gar nicht diese schnelle brutale luft sondern dieses weiche nach außen atmen nach außen spielen der luft reicht vollkommen aus um auf der trompete ein forte spielen zu können es ist aber kein forciertes also dieses brutale laut sondern es ist einfach die lautstärke forte weder forciert noch zu defensiv sondern genau diese lautstärke und vor allem die trompete klingt dabei noch wunderbar angenehm wir kommen zur zweiten übung jetzt machen wir den stimmbogen ab das heißt wir haben ein offenes mundrohr an dieser stelle und wenn wir natürlich möchten können wir diese aus atem übung auch hierbei machen wichtig ist für mich jetzt dass wir auf dem mundrohr passen wichtig auch hierbei ist natürlich wieder dass die luft nicht rausgedrückt wird sondern diese fließt ganz entspannt und weich nach außen das heißt auch hier wieder darauf achten dass der hals offen ist dass es sonst keine verspannungspunkte gibt und dass die lippen auch locker passen also da spürt man keinen druckpunkt oder keine brutalität in sachen anspannung der hals ist nicht eng ich drücke hier auch nicht das mundstück gegen die lippen sondern die punkte sind zwar ganz klar abgedichtet aber es ist absolut locker also ein angenehmes trompetenspielgefühl ohne großartigen druck noch einmal versuche immer den ton einigermaßen auf intonation zu halten nicht abfallen oder steigen zu lassen wenn du hilfe dafür benötigst dann stell dir doch einfach dein stimmgerät hin und halte es auf dem pegel auf dem du eben losgelegt hast als nächstes gehen wir wieder mit dem mundrohr auf unser instrument das heißt der stimmbogen ist wieder eingesetzt und wir starten jetzt etwas tiefer das heißt auf dem c1 und wir spielen aufwärts c du tonleiter und zwar erstmal bis zum c2 dann abme ich mache wieder meine pust übung die ich eben mit dem mundstück hat eben euch schon gezeigt habe und spiel danach nach oben bis zum c3 immer darauf achten sobald ihr merkt dass ihr eng werdet dann habt ihr eure maximale range erhalten und dementsprechend spielt lieber wieder nach unten oder brecht bei diesem ton ab ab mit wieder macht eure übungen und versucht noch einmal dann bis zu diesem ton wo er gerade eben aufgehört habt los geht's und ich bin nicht lauter geworden sondern habt genau diese lautstärke versucht beizubehalten also ich habe jetzt nicht auf biegen und brechen luft ins instrument gepower dass ich ja diesen ton c3 erreiche sondern ich habe mich nur auf mein körpergefühl konzentriert es hätte auch sein können dass zum beispiel der ton h oder c einfach wegbrechen weil ich vom ansatz her zu locker bin aber dadurch dass ich mich darauf konzentriert habe wie mein körpergefühl ist hat es am ende dann ohne probleme und zwar sehr sehr locker dafür gereicht dass ich oben beim c3 angekommen bin wenn du vorher schon merkst dass du nicht weiter nach oben kommst zum beispiel beim g beim as beim a und so weiter und so fort überhaupt kein problem dann trainiere diese übung erst mal anhand dieser töne bis zu einem spitzenton aber wie gesagt ab achte immer darauf dass eben alles so locker wie nur möglich verstanden geht und dass du oben auch nicht brutalst anfängst das mundstück gegen die lippen zu drücken oder komplett verspannst und irgendwie die töne aus der trompete versucht zu drücken es geht hierbei dass wir uns aneignen ein körpergefühl zu entwickeln und vor allem auch die routine und somit auch die sicherheit dass wir diese töne in unserer extremen lage also wenn es bei dir zum beispiel ein g ist eben diese lage oder natürlich auch dementsprechend höher zu trainieren und vor allem die sicherheit zu gewinnen dass wir es auch spielen können und somit fällt dann auch so dieser stress faktor weg dass wir diesen ton dann nur noch mit engem hals spielen können oder mit viel viel luft ins instrument power wir bekommen dann dort dadurch eine routine und können dann immer wieder auf diese funktion des körpers die wir uns jetzt angeeignet haben zurückgreifen damit wir eben solche töne möglichst schön und entspannt auch spielen können und dadurch verbessert sich natürlich auch deine ausdauer weil du nicht immer bis an deine kraftreserven gehst sondern immer wieder auf deine fertigkeiten zurückgreifen kannst und auch punktuell einsetzen kannst alles andere läuft wesentlich entspannter und lockerer und somit haben wir auch insgesamt mehr ausdauer wenn es um luft fluss training geht gibt es natürlich immer wieder auch unterschiedlichste trainingsgeräte ich habe aktuell jetzt hier gerade zwei zum einen ist es der schlauch die hilft uns immer dann wenn wir merken dass der hals eng wird nehmen wir uns einfach ein stück schlauch atmen durch dieses langsam ein und aus und wir merken okay jetzt ist der hals der kehlkopf offen und wir können ohne probleme auch atmen also der schlauch für einen offenen hals ganz wichtig dabei nicht anfangen wie irre zu pumpen das bringt uns nur schwindel bzw dann erstmal eine auszeit weil wir dann nicht sofort aufs trompete spielen umschwenken können der flow ball also das zweite trainingsgerät was ich hier habe ist auch immer ganz nett weil es einfach den luftstrom visualisiert das heißt wenn wir reinpusten schwebt der ball dementsprechend auf einer bestimmten höhe ich nehme immer gerne die höhe meiner nasenspitze das heißt ich stelle mich vor den spiegel oder eben vor die kamera und dann versuche ich den ball auf nasenspitzen höhe fliegen zu lassen los geht's warum nasenspitzen höhe weil bei dieser nasenspitzen höhe habe ich genau das gefühl dass ich gerade eben auf der trompete hatte nicht forciert pusten zu müssen und genau dieses gefühl hatte ich eben auch auf der trompete wie ich losgelegt habe beim ton g1 natürlich kann ich mit diesem gerät auch wesentlich mehr posten das heißt dass dabei zum beispiel beim haar ansatz oder zwischen den augen schwebt allerdings trainiere ich dann ganz andere punkte und ihr könnt natürlich wenn das ein teil der heimhaft einfach mal ausprobieren wie anstrengend es ist wenn der ball zwischen den augen schweben sollte wo es nur ein paar zentimeter unterschied ist merkt man dass das zwerchfell richtig powern muss im vergleich dazu oder noch extremer da merkt man es natürlich ganz deutlich was da unten im bauchbereich passiert ganz wichtig der tipp achte immer darauf dass wenn du trompete spielst dass der hals möglichst offen ist und dass die luft und möglichst ungebremst natürlich nach außen fließen kann das betrifft natürlich uns beim gebundenen spiel aber auch beim gestoßenen spiel das heißt wenn ich jetzt meinen zungen trainiere egal ob doppelzunge triolen zunge einfach zunge oder nur langsam angestoßene tenuto töne die luft fließt immer nach außen das heißt wenn ich mir das bewusst machen möchte gehe ich erst mal ohne trompete ans training und mache und ich merke dass die zunge immer nur kurz dazwischen tupft und sozusagen die luft fluss trennung herbeiführt wenn ich jetzt das ganze auf der trompete mache genau das gleiche ich mache aber vorher noch mal meine puste übungen ich puste die ganze zeit luft aus dem mund ins instrument nur die zunge tupft dazwischen das ist ganz wichtig zu wissen wenn ich jetzt bei doppelzungen oder bei trion zu das ganze mache hat mich auch permanent aus also ich habe die ganze zeit das gefühl dass die luft nach außen fließt bis auf die letzten beiden töne ich kann eben gespielt habe diese quarte die habe ich etwas separat gesetzt da ist die luft dazwischen etwas zum stehen gekommen aber ansonsten fließt die luft immer nach außen das heißt also wenn ich auf der trompete bin habe ich die ganze zeit dieses ausatmen gefühlt und so weiter und so fort also ganz ganz wichtig um die töne klangvoll spielen zu können muss luft fließen weil luft ist klang und wenn die luft fließt nicht mehr fließt habe ich kein klang mehr auf der trompete und dann ist es erstmal egal ob ich gebunden spiele oder ob ich die zunge dazu nehme ich habe immer das gefühl dass ich luft nach außen bringe und somit klingt auch der trompete natürlich auch bei kleineren noten werde die mit doppelzungen und rollen gespielt werden oder mit flatter zunge natürlich die luft muss fließen ansonsten klingt nix eine ganz einfache angelegenheit ich hoffe ich konnte dir mit diesem video bei deinem luftfluss luftstrom training helfen schreibt doch in die kommentare wie es bei dir klappt oder welche übungen du noch machst um fortschritte in sachen luftstrom klangqualität ausdauer höhe aber natürlich auch tiefe zu erreichen das war's zu diesem video lass am ende noch ein like und ein abo da das freut mich immer ganz besonders wir sehen uns nächste woche zu einem neuen video rund ums trompete spielen bis dahin ciao euer nico ein